ich komme schnell schaufeln das sieht so schlecht aus und ich schaufel wenn ich nicht was halt immer kopflos auf das samt weiter mit so wie schön blender hat 9 das update und das bekommen aber ich nutze blende nicht mehr über facebook und die original ist ungleich kannst du bleiben natürlich machen sie mit so einem minecart oder setzen wir einfach ganz ganz viele richter hin und richterlein beschweig doch hier ins wunder das war auf jeden fall irgendwie dann schauen wie man auch hier wieder hoch kommen mit dem ganzen material sollte mich lautet richter hin setzen und wenn dann hier was wundervoll ist da dann in der kiste drin wer eine option was so macht kriegst es dann nur etwas tiefer und das wird glaube ich nicht das drama dann und der wächst dann hoch wenn er oben dann ankommt zweitmal beobacht haben haut es denn vor und wir kriegen automatisch unser zuckerrohr gut dann haben wir die farm ich habe gerade hühner stärken hören ich habe nichts dabei groß zu ziehen wir sind nur zwei hühner da auf einer fläche sein klingt interessant schauen wir haben es gibt wieder ja gut dann bleibt da kurz bis ich dich umbringe so entscheidung auf die kleine fläche wirklich nur zwei hühner sein das ist interessant so bleibt unten und äh es einem jetzt leicht rumhakelt grad kann das hunde auch nicht schlagen äh ach man sollte direkt die tasche drücken um zu schlagen und jetzt die deckungstaste ok ich muss hier oben blocken machen man springt mir das gar nichts und schauen die hühner ab gut der ist weg dankeschön ähm ich brauche hier wieder ok ach und ich muss das wieder anpflanzen nein ich habe heute kein holz mehr dafür ich habe mich gerade so auf gut die elf stücke das ist auch nicht grad die welt kann ich jetzt eine kleine stelle machen ein bisschen pflanzen dann glaube ich mache ich doch mal heute frühe feierabend irgendwie ist heute wohnen bei mir drin was aber ich kriege auch meinen kopf gerade nicht so richtig können keine ahnung was gerade los ist ich verstehe das heute irgendwie nicht aber gut muss man nicht immer wieso habe ich jetzt hier zu eigentlich das stimmte über den oberen offen lassen und hier den Zug macht so ich habe nicht genug dabei ok schauen wir mal wenn da jetzt wieder welche sterben sobald die groß werden können da nicht mehr als zwei rein auf jeden Fall dann sehr interessant so schauen ob wir hier die Eier zumindest durchwerfen können scheinbar nicht weil der lobt die Eier dann in der Mitte und so gehen sie kann gut zeigen ok dann müssen wir vielleicht doch eher mit Weizenkörner da umgehen ich hole mir jetzt mal Weizen zum vermehren dann kriegen wir auch hier bitte ähm gerne Weizenkörner genau zum Bühner vermehren und ich weiß echt nicht warum mein kopf nicht so down ist wäre echt mal interessant ah ja apropos mhm Alexa start mal live fußball das kommt auch nebenbei fußball das wollte ich nicht mal hören jetzt eigentlich ja 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 wir musik nehmen beinahe ich wurde auf fußballern aber das war halbzeit glaube ich schau mal schnell wieviel das steht bei bayern mhm mhm zweite Mannschaft verloren schade der erste hat ein legt 1-0 vorne ok klingt für mich gut Gleitbach hat er auch gewonnen hier nur glaube ich das ist so aktuell Dortmund hat gewonnen und aktuell sieht es sehr gut aus wie die deutschen Mannschaften in der Champions League genau das wächst dann hier hoch und dann irgendwann zu oben dann was langt wenn eins in oben ist mhm 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 und aber mich ja wie doch klar genau die klasse noch ein machen das werde ich da weg machen nicht euch gerade aktuell vermeiden ich fragte einen freund so scheinbar wohl nicht mehr so auf jeden fall wieder kleine kuh das ist gut der macht da gar nichts vielleicht werde ich da wirklich den weg tun und dann mit dem villager spawner spawn ein villager spawn hier oben kommt das glas das holz weg kommt glasen kann man hier immer nur füttern und kann ich es warten hier besuchs okay gut perfekt schauen wir schnell will einer von euch gerade was sie gerade nicht so aus okay gut ich meine hand da steht jetzt hat sie miteinander ist gut die wachsen da dauert ein bisschen und du enttäuschung muss man einfach sagen dessen enttäuschung hat sie was machst du da habe ich nochmals mir bisschen rauskommen oder ja die katze weiß auch nicht was sie will halt ich hab doch da noch kann jetzt zumindest fertig machen da oben gut es haben auch fertig jetzt soweit ich bin halt jetzt hier immer noch sieben trichter 1 2 3 4 6 7 trichtern oder seit einem genaß erweitert da ist das night also davon haben ja wir hier noch 6 7 8 16 24 32 40 gut dann kommt das jetzt hier noch ein bisschen was wir brauchen insgesamt für 7 8 8 8 8 perfekt gut und dann hier und ihr effekt das ist mal schnell und dann kommt es auch mal noch testen ob das so funktioniert wie ich es mal vorstelle die app notfalls kann man das wirklich mal mit einem minecart machen aber dann sind wir noch tiefer des selbst nachteil aber gut das sehen wir dann wie wir es machen glück schicken so und dann und theoretisch wenn ich jetzt hier den knopf drücke wird es nicht abgenommen bin ich jetzt etwas enttäuscht warum funktioniert es jetzt nicht doch mein kart oder muss auch ihr ihr könnt natürlich auch so mit auch ihr mit sand zu arbeiten ich glaube wir sind doch mit sand er arbeiten ok gut dann holen wir mal im sand dann haben wir das im sand vielleicht geht es auch sand besser durch das jetzt sagt und wir gehen hier einfach von der seite aus rein und wir sind erneut die weg da wieder zu auch nicht so wie die kind nicht so wie es mir vorgestellt das ist ziemlich ärgerlich vielleicht doch eher mit minecart das war die falsche ich verstehe es war möchte ich warum das so funktioniert wie es ich mir vorstelle ist ärgerlich nein das war vieler okay gut das war vielleicht klar da kommt er wieder runter idiot ich habe jedoch zwei stück ich brauche jetzt zum wackeln was dafür ich auch das hier noch und sensor schiene bräuchten nicht so und so genau okay probieren sie meinen leuten am schlafen ich glaube das ist auch sehr schön was zum probieren weil ich so irgendwie ist heute mein kopf total down mir echt mal interessant warum mein kopf so down ist ich kann es mir dann echt nicht der richtige klären warum ich gerade irgendwie nicht so wirklich mit dem kopf vorankommen also heute ist irgendwie der wurm drin ich kann mir nicht erklären warum mein kletzt am anfang damit einfach wirklich weil der wurm drin ist am tag so sonst haben wir das wieder alles ein warte mal wasser ist doch nein das zerstört ist jetzt und alles wieder ich kriege die krise ok dann muss jetzt doch werde ich schnell her und sogar noch gut so meine liebe erde du musst jetzt immer kurz aushelfen bis ich das hier unten umgebaut habe und zwar kommen jetzt hier einmal die hier so entlang und die hier braucht man sagt hier eine hin und da eine hin so nee da brauche ich nicht weg machen ähm nein so und so wenn ich jetzt den hier hinsetze genau mal mit denen am an mal mit denen